Vor uns waren schon zwei Spatzen hier und jetzt ist wieder ein Spatz hier. Das ist nicht gleich wie vorher. Ich habe gesehen, dass es hier Sträucher gibt. Also hier mein Blumentopf, wo Beeren haben. Also letztes Mal, als sie hier Beeren runtergerührt haben. Also hier von auf meine Seite. Dann haben sie die da drin geholt, also die Wachse da drin. Vielleicht sollte ich das auch mal zeigen. Aber die kommen hier auch wegen Insekten. Also ich glaube, da hat es mehr Insekten als auf anderen Pflanzen, das sind alles auf solche Zuchtpflanzen. Und das sind keine Zuchtpflanzen, das sind alles natürliche Pflanzen. Und jetzt sehen wir, dass es eigentlich nicht mehr ist. Jetzt ist es 16.18 Uhr, wir haben den 27.09 Uhr. 22.20 Uhr. Ich bin der Flamm und Schale.